Eva R. Luthier – die Etui- und Kofferserie für höchste Ansprüche, speziell für den Geigenbau entwickelt. Die Gewa R. Luthier-Serie umfasst Etuis und Koffer für höchste Qualitätsansprüche mit erstklassigen, teils patentierten Features. Sie wurde in direkter Zusammenarbeit mit GeigenbauerInnen entwickelt, um ihre hochwertigen Instrumente adäquat in Schale zu werfen und sind auch exklusiv nur dort und nicht im sonstigen Fachhandel erhältlich. Die Konstruktion der Gehäuse entspricht vollständig der innovativen Gewa R. Shell Technology, die eine enorm hohe Bruchfestigkeit garantiert, da Stöße, ähnlich wie bei Automobilen, durch leichte Verformung absorbiert werden. Zusätzlich zu dieser Stabilität sorgt das spezielle Herstellungsverfahren für hocheffektive Isolation gegenüber Temperaturschwankungen und Witterung. Die rutschfeste Außenschale mit Soft-Touch-Feeling-Oberfläche für besonders angenehmes Handling sorgt durch den dezenten Grauton für einen edlen und neutralen Look. Die handgenähten Ledergriffe mit perforierter Oberfläche sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Die Innenseite aller Modelle ist mit einem ultra-leichten Designstoff gespannt, der über das Ökotex-Nachhaltigkeitszertifikat verfügt. Das bedeutet, dass hier nur umweltfreundliche Materialien wie Baumwolle, Lyocel und Bambusviskose verwendet wurden. Zur Verfügung stehen Etuis und Koffer für Violine, Viola und Violoncello. Für Sicherheit und individuelle Anpassung an Instrumentengrößen sorgen zwei ganz besondere Features. Zum einen die mechanisch einstellbare Halsauflage, die vollständig im Hause GEWA entwickelt und patentiert wurde und mit der die Modelle für Violine und Viola ausgestattet sind. Wir empfehlen, die Einstellung der Halsauflage fachgerecht in der Geigenbauwerkstatt durchzuführen. Zum anderen die ebenfalls in unserem Haus entwickelte und patentierte Schwebelagerung für Viola und Cello-Etui, die, abgesehen von der komfortablen Einstellbarkeit für verschiedene Instrumentengrößen, einen besseren Schutz für das wertvolle Instrument bedeutet. In das mit nur 1,8 Kilogramm ausgesprochen leichtgewichtige Form-Etui und den mit 2,2 Kilogramm nur unwesentlich schwereren Koffer für Violine passen aufgrund der einstellbaren Halsauflage jeweils Instrumente in den Größen 4 Viertel, 3 Viertel und 1 Halb. Oberhalb der Standard 4 Viertelgröße sind sogar noch weitere 7 Millimeter Platz für eventuelle Übergrößen. In das 2,16 Kilogramm leichte Viola-Form-Etui passen Instrumente der Größen 13 bis 17 Zoll. Die Kombination aus Halsauflage und Schwebelagerung macht die Einstellbarkeit an verschiedenen Instrumentengrößen besonders genau und sicher. Das äußerst stabile Cello-Etui mit einem Nettogewicht von 4,1 Kilogramm verfügt über einen zusätzlichen schwarz-aloxierten Metallschutz an der Oberseite, eine Schneckenhalterung und Stabilitätsfüße für den sicheren Stand. Durch die patentierte Schwebelagerung inklusive passender Polster kann es sehr genau und sicher auf die Instrumentengrößen 4 Viertel und 3 Viertel eingestellt werden. Um immer größten Schutz und Komfort garantieren zu können, beinhaltet der Lieferumfang des Cello-Form-Etuis eine edle Seidenhülle, die entweder für das Etui selbst oder für das Instrument genutzt werden kann, zwei Neopren-Rucksackriemen mit Security-Strap sowie das bewährte, abnehmbare Gewa-R-Tragesystem für einen jederzeit bequemen und rückenschonenden Transport. Selbstverständlich wird die gesamte Gewa-R-Loutier-Linie in unseren Werkstätten im Vogtland aufwendig handgefertigt und ist damit made in Germany.